Das ist auf der Straße Wo ist der Tresorraum? Hier Lass dich durch, du Sau Hier ist kein Saferraum Los, komm, 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 hier Da hinten Aua Oh, haha, ja Du sollst dich dein Kopf da hinhalten Haben wir Glück auf, dass wir reingekommen sind Oh Nächstes Mal Grubenhelm mitnehmen, auf jeden Fall Hat einer ne Kerze dabei? Nein, wir sollten alles ausräumen Ah, stimmt Nächstes Mal auf jeden Fall Grubenhelm mitnehmen Jeder nur ein Save Guckt jemand doch an mich da drauf Terror Was ist drin? Einen Pistolengriff Super Und Partiere Ja, so tolle Sachen wollen, dass ich so einen Spendletze mache Ja, man weiß es da nicht Da hast du das Problem Erst wenn die Tresor offen ist Aber denk dran, ne, diese Pistolenteile zerlegen Wenn wir die Pistolen schon nicht haben sollen Die bringt 15 Metall MacGyvers Buch und Letter Chess Armour Schemagic Ne, Armour Schemagic, sehr gut Das ist für Scrap Metal Armour Das Buch Das musstest du eigentlich nehmen Sehr gut Tust mal bitte rein In welchen? Wo bist du? Rechts? Der hier Der hier sagt mir nichts Ich bin noch am hacken, warte Da ist das nächste Ding Zerlegen Hier Pistolen Magnum stellen wir auch nicht her, oder? Magnum Doch Wenn du ein gutes Teil findest Es sei denn das ist grau Sie sind zu spät Oh nein, Mensch Ich red doch grad mit dem Kollege Du hast genau auf mich geantwortet Ich hab gesagt der hier Und hast du gesagt zu spät Nein Du heulen nicht direkt wie nach Kann ich noch nicht nachführen Welchen hackst denn du? Bei mir haben die alle Hier unten stehen noch einer Wir haben alle begleifspiel HP bei mir von uns schon Ja, weil die offen sind Bei einem anderen steht gesperrt dran Magst du jetzt in der Mitte auf den? Ne, der ist offen, ne? Ah, jetzt geht's runter Äh, offen Tag, guckst du nach? Ah, das ist dreimal Waffenseug drin Da hab ich aber keinen Platz für einen Moment Was für Waffenseug? Gucken Wurzeln auf Schrotwinte, Jagdgewehr und Okay, muss ich mitnehmen Ähm, ich tu mal Hier noch Leere Wassergläser rein Hat jemand leere Wassergläser? Brauchen wir die noch? Ähm Zack Zack Ich hab neun Stück Leere Wassergläser? Mhm Da warte ich auch Äh, volle Wassergläser sind noch drin Zwei Stück Wenn einer was trinken Warte ich trink eins noch Oh ja, ich brauch eh eh noch zu saufen Ich trink's einfach aus Fällig hab Ich bin leer Wunderbar Komm her im nächsten Cool Nächster Die sind alle offen oder nicht? Hier ist doch, äh, an der Kasse noch Also doch auch Wenn da Lockhead dran steht oben Oben? Ah, oben, den hast du nicht Das ist halt nicht Ja, ich seh das nicht so Genau Das ist Very düster Hm Lockhead Lockhead Wo Lockhead? Ha, jetzt bin ich dran Zack Äh, Bauplan für Sprengbolzen für Armenbrust Voll schön lernen Äh, ja Zack Klärnt Klärnt ist klärnt Komm mal, will mit hier auch Schön Wo? In der Mitte? Sprengpfeil hört sich sehr gut an Sind die nicht so teuer herzustellen So, guck na Hey, rein sein Schmerkappier Shotgun Paral Hunting Rifle Receiver So vieles Zeug alles haben wir gleich zerlegen Ja Ich hab überhaupt keinen Haltbrock Kein Verlegst du alles einfach? Ganz niedriges Zeug Mit das Graue Achso, ja, okay 13 halten Hab ich noch gar nicht nachgeguckt Da sollen wir auch noch gucken Auf die Teile, ne Mit 13 brauche ich nichts zu behalten, oder? Wappnasi, du bist der Waffenexperte 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 Keine Ahnung, also Orange sollte es schon mindestens sein Okay Man sagt ja keinen Dummen Ja, dann macht ihr mal, räumt ihr aus und zerlege ich Orange soll mindestens sein Ja Auch hier Schafft und so Alles Ja Kann ich alles zerlegen Hilfst mal jemand mit Was? Das ist langweilig Hä? Schau Dann Ja Ich bin Zwei Waffenexperte Das können wir Lassen So Okay Ready Noch einer Ah Da glaube ich ja jetzt oder ist die jetzt hier jetzt hier nämlich was sämtliches zeug ganz einfach sagen nein muss nicht immer halbe stunde heulen und dann erst die antwort geben ich muss heilen ja ich weiß das merkt man solche dämlichen formen muss ich einfach heulen dahin gehen wir wieder zurück das weitergehen da drüben ist das ist kein händler hier muss irgendwo ein buchladen sein hier ist auf alle fälle so eine fabrik da gibt es ja auch zwei strömmen ist das würde ich gerne irgendwo was klein klopfen so mechanical parts und quatsch ach hier ist die komische dings die komische dingspreise ist miteinander statt und dahinten das machen laden welcher ist das noch mal ein fressens laden hier kann man zu fressen warum kühlbar ist eine kartoffel oh gott sehr gut die hirne kann man aufmachen hier die vierkasse deswegen sehr gut und der schrank brauche ich nicht also ich drinnen da oben wo ich das essen und apotheke tabletten vitamin tabletten tabletten ich nehme das armen beinbruchs dinge apotheke ist gut ich könnte irgendwas für meine gesundheit ich höre schon wackeln da kommt einer angelatscht ein kunde er ist schon ruhig der kunde dabei nix müsstet mal schnell umstellen achtung da kommen die nächsten wo ist da außen außen ja und seiten ich bekomme schnell die hütte dann gute lieber aber ich nicht die sommer ist nervig wo ist die scheiße um so hier oben fliegt es ja das war klar bist du da drinnen tutschke hier oben ne da ist ja höher ne ja die glase sind tank top hast klamotten und zu verkaufen ja ich hab keinen platz also wenn ihr irgendwelchen Müll in sich die gedingert tut wird da kein neuer wild drinne sparen also kein neues zeug schmeißt den Müll über weg zum Zweifel also weg haust den kaputt so jetzt noch vorher haben wir aber noch untouchen so wollen wir auch machen können und der unterteil hier wieder ein unterteil nicht aufgemacht hier sind noch jede menge Dinger zum ausrauben hier ist ein Tresorraum freigeschaltet lol den kann man öffnen oh fucking Bombe drin ok ist noch einer gestorben wow zufrieden und hinterlegen Gier hat euch vernichtet das Ding war offen aber flüsst du auch nicht wohnen kann euch jetzt nicht mal aus nehmen so eine Kacke Bietner es ist ein fröhliches Joggen durch die City, ne? Also du möchtest von Helden fernhalten. Das war ziemlich am Rand, oder? Soll man ganz außen rum gehen, oder den Weg, den wir gekommen sind? Gute Frage, dann muss ich jetzt gerade selber mal gucken. Hier, mach die Tür zu, wenn du draußen bist. Hätte ich nur meine Spießer mitgenommen. Hätte ich schon einen Sitz einbauen können. Oh, da sind noch mehr Bomben drin. Ich würde da nicht reingehen. Direkt dann natürlich noch zwei, drei. Echt? Ja. So, Pappnase. Ne, cool, dann gehen wir. Wieso bist du denn angezogen? Du hast bei mir die Rüstung an und so. Hast du bei mir auch. Noll, okay, ist nur Grafik. Ist Quatsch. So, wohin gehen wir jetzt? Außenrum, oder? Ja, das ist ein Stückchen außenrum. Ja. Das war ja ziemlich an der anderen Kante, ne? Würde ich sagen, oder? Füll ich mir das nur ein. Wenn jetzt ein Goethe kommt, haben wir natürlich die Arschkarte. Ja, klar, wir haben die Arschkarte. Ja, bei dem anderen Weg wissen wir noch, da war keiner mehr. Also gehen wir durch den Ort hier. Mit drauf. Wir müssen den Weg ungefähr Latsch hinbekommen sind. Bist du dabei? Ja. Na, dann wunderbar. Ab. Hier lang und dann quer oder wo? Ne, wir sind außen geblieben, ne? Erst mal. Ja. Ja, 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 ja. Äh. Wie. Das hinten. Ich habe uns das gerade liegen. Oh, ich habe mich halt hier noch ein. Komm, wir joggen gehen mal nochmal. Bisschen Ausdauer tanken, falls ein Goethe kommt. Hast du irgendwas zum Wehren dabei? Ich nicht, du auch nicht, ne? Hervorragend. Wir sind sehr clever. Da sind die Läden. Da müsste gewesen, wenn wir da sind, haben wir, haben wir gewonnen. Hier ist so ein Wasserloch, da muss ein Tresor unter Wasser sein. Wir müssten noch viel weiter, aber die Richtung stimmt. Ihr seht ja mich auf dem Bandau. Ja, wir sehen auch die, die, die Dinger. Ach, mein Ding hat es gefunden. Ne. Doch. Was hast du gefunden? Sehr geil. Ey, du hast am Rucksack vorbei. Ja, ich will nichts aufheben. Ich will zu meinem Rucksack. Ich bin hier nackt. Ja, ich will. Was hast du gerade gefunden? Ich habe es nicht verstanden. Ein Mininghelm. Ah, jetzt. Ja. So, hier waren wir doch gewesen, in dem Shop, oder? Ja, die Tür ist offen. Also, hier sind wir safe. Behaupte ich jetzt einfach. Oh, ich habe schon gewonnen. In der Bank waren wir auch. Ich bin Klettert nass, prima. Hier sind wir durchgelaufen. Tritts gut, auch mal aus. Und getrinkt. Öl. Peinwerfer, lass ich drin. Der Zombie. Von mir gehen durch das Haus. Da sind wir auch durchgeladen, oder? Haben wir hier nicht durchgeladen? Und jetzt geht es immer durch. Wir sind durchgeladen. Einfach mal hochbeladen. Ich habe es verlor. So, jetzt ist es wieder Ruhe hier. So, okay. Danke. Hier nicht in den Raum hinein. So, äh. Da schreit irgendwer. Ja, das sind immer mal wieder welche, die Kloppen da wissen. Äh. Anziehen. Ach, das ist noch der von vorne. Da wohne ich durch. Anziehen. Hier kommt einer auf mich zugelatscht. Pass auf, pass auf, pass auf. Wo ist mein... Habe ich alles mitgenommen bei mir? Nee, ach du scheiße, noch lange nicht. Ich hoffe, ihr guckt ein bisschen hinter mir. Ich sehe nämlich nichts. Das kann man nottagen. Ich hoffe, wir müssen nicht hin. Ja, wir müssen noch rein. Oh, ich bin eisekalt und okay. Hüße. Dammt. Ich meine, die dicke Jacke. Du musst einfach nur die kurze Hose ausziehen. Abgescheiße. Du kannst hier. Und das sind noch mehr Bomben drin. Wo siehst du das denn? In der Satür. Guck doch mal rein. Ich geh weg. Nee, nee, alles klar. Ich geh da nicht hin. Wir können da ran, aber da... Äh, hier ist doch praktisch die Weile. Weil ich hatte das schon hast. Ich tue das Thema in den Dings hier rein. Oh, lecker. Äh, Gymnatik für Eisenbeinschienen. Wo sind die? Er hat jemand einen Lederbaster und eine Mütze da gelassen und die Hände posten. Ja, ich habe das gerade gemacht. Weil ich das musste. Ich habe keinen Platz mehr. Aus irgendeinem komischen Grund habe ich keinen Platz gefunden. Der Waffenschrank ist gesperrt. Da kommen wir dran. Wir können von hier aus klopfen, oder was? Ja. Kommen wir. Von hier aus. Wo ich stehe, kann man im Waffenschrank klopfen. Aber meine Spitzhacke ist gleich da und ich mache eine 50 pro Schlag. Müsste mithelfen. Ich gehe mal gucken nach dem Kruppzeug, Tutschke. Schlag du mal weiter. Wo die kommen. Ja, da kommt eine Krankenschwester zum Beispiel. Die steht da und... Wo habe ich denn die Bandage? Sag, gute Frau. Die sind in deinem Rucksack. Sag, ich sparen. Hier, den habe ich... Die Kackenschwester ist weg. Keine Sorge. Soweit ruhig jetzt hier. Ja, hier ist ruhig. Alles klar. Hat sich gelohnt. Ah, tot. Ne, was war da drin? Graue Pistolenpuff und eine graue Hunting-Reifel. Aber wir müssen mal hier noch in die Bude. Komme, wo ist hier? Da ist doch noch oben ein Stockwerk. Ich bin mal hochgelatscht. Oben ist eine Metalltür. Nehmen wir zu, bist du noch eingeschlagen krieg? Ja, sieht gut aus. Dreimal Schinken, das hau ich schon dafür weg. Ja, klar. Ich glaube, die schlagen die gerade Türen sonst ein. Weißt du nicht? Weißt du nicht, was da bekonnen ist? Ein Lagerfeuer? Da ist nichts drin, nur ein Lagerfeuer. Toll, haben wir wirklich umsonst eingeschlagen. Bind. Äh, Footballhelm ist drin. Welche mitnehmen? Bleib drauf her. Zerlegen, zack. Zerlegen, zerlegen. Ich würde nach Hause gehen empfehlen. 15 Uhr. Ich bin total unterkühlt. Wo es noch Schaden gibt. Das ist noch ein Laden. Oh, so eine Tante hier. Die Tante hat Kopfschmerzen. Ich muss mal kurz unterstellen. Ich gehe sonst kaputt. An Unterkühlung. Schau mal her. Fühle ich mich denn? Ich glaube, hätte er abbauen nur noch. Ich mache noch mehr Essen. Tutschke, welchen Rang hat dein Ranch? Essen. Lachen. Ich muss gucken. Wo ist denn der? 88 plus. Und wie viel Leben hat der noch? Äh, drei Viertel ungefähr. Trinken. Trinken. So. Wo ist mein Bett? Diese Rüstung, die Attacke. Trinken. Immer x-n-feil Eisen pflücken. Da zum Beispiel. Na wohl. Eisen pflücken so. Hauen wir ab. Naja. Futschke möchte abbauen, ja. Hat jemand Platz im Inventar? Nein. Wofür? Hast du recht. Für Zeugen. Für mehr Zeugen mitnehmen. Ja, ich habe noch viel mehr Platz. Ja, aber dann nimm mit und noch nix. Nimm mit. Scheiß Kleber. Ich bin klitschnass. Gibt nicht viel. Warte, ich gehe noch das Hausdach hoch. Sehen Sie. Gehe hier durch. Lachern oder was? Deerer Mülleisen. Kasse. Kohle. Kohle her. Da ist Kohle drin. Wir brauchen Kohle. Was haben wir drin? M zurück. Das hieß so. Und dann zum Beispiel jetzt. Egal. Irgendwo lang. Jetzt sagen wir gehen noch ein Stück nach Osten. Dann kriegt man da noch ein Stück nach Osten. Dann kriegt man lauter neue Häuser noch mal. Das ist ein Stück hoch. Oder es ist ein Stück hoch. Das ist ein Stück hoch. Ich bin noch ein Stück hoch. Platz. Kassen haben wir alle durchs Such. Hier waren wir auch drin, oder? Medizinschrank, nicht durchs Such. Tablette. Pack, nimm mich mit. So, ja. Wollen wir in den Passport drinnen? Weiß ich nicht. Wo bist du da hinten? Ihr seid schon um die Ecke gelaufen, ich komme. Ja, hier war jemand drin. Ja, ich bin aber nicht wirklich weit drin gewesen. Seid ihr jetzt wieder zurück? Hm. Ey, da ist was cooles drin, da hab ich was cooles gesehen. Ne, das ist ja falsche Wort. Hier. Wo seid ihr? Äh, in so einer komischen Bar. Ach, das ist auch nur so ein... Hier. Geht noch ein Topf. Ja, du bist du. Was kriegst du denn da aus? Ja, warum liegt diese Mechanik aus? Ja, warum liegt diese Mechanik aus? Bei mir fällt das alles runter, wo ich du mit aufheben habe. Ja, ich bin langsam. Bei mir fehlt doch noch mal nix. Okay, mein ist kaputt. Ne, die rollst du nicht. Dann brauchst du mit. Wie viel Schrank Uhr? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mit Eisenhaus. Aber wie hab ich denn? Neun hab ich erst. Ne, hier unten. Guck mal hier unten. Elektronik Komponent, Elektrical Parts. Ja, aber ich brauch die Mechanical. Wo sind denn Elektronik Komponent? Bei Elektrical Parts hab ich schon 66. Diese Mechanicals sind selten. Ja, die sind hier nicht drin. Wo hatten wir die das letzte Mal raus? Sind Autos oder wo hatten wir denn? Autos, ja. Na, aber nicht die Mechanical Parts. Doch. Okay. Ich hab da noch nie einen rausgekriegt. Hast du Pech? Gut und klar. Leder kam ins Quarenraum. Wir haben 17 Uhr. Ich denke, wir sollten langsam die Heimreise antreten. Quatsch. Ich kann nichts machen. Ja, kann jemand das Leder mitnehmen? Leder, wo ist Leder? Ja, klar. Ich hab noch so einen komischen Helm gefunden. Komischen Helm, nehm ich. Nö, aber ne, behalte ich für mich. Dann kann ich mich immer entscheiden, ob ich jetzt den Grauen oder den Orangen nehme. Hört mal, wo ist der? Ah, das wollte ich jetzt auch. Ja, das möchte ich hier ins... Wo bist du? Ja, ich tue es hier ins Auto rein. Geht mal lieber direkt zum Bett. Ich krieg dir aber nur den 80er. Den guten behalte ich. Egal. Geht mal lieber direkt zum Bett. Ich wollte nach hinten rumlaufen. An der Wand, aber da ist ein Polizeier. Ja. Muss man gleich jetzt nicht mehr haben. So. Ja, und hack bitte ab und zu, wenn ihr an den Metalltenker vorbeikommt, mit der Spitztacke drauf. Wäre... Sehr gut. Ich brauch schon zwei Schläge dafür. Ding zuvor muss. Weil... Ja, Metall wollen wir alle mitnehmen. Unsinnig. Auch nicht für in drei Schläge. Ja, ist eine große... Ist das normales Wasser hier, aber ist das eklische Wasser? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Da ist mal ein Tresor drin. Weiß ich. Also... Ist in den Löchern drin. Aber dann musst du in die Badewanne gehen. Das ist natürlich brand gefährlich. Noch ne blöde Taschenlampe. Das sind Sachen auf dem Bauchraum. Parking. Hier können wir den nächsten gehen, wenn gutes Wetter ist. Da können wir die Autos aufschrauben. Skatepark. Ja. Kannst du Skaten. Achso. Skatepark. Loll. Ich Idiot. Ich hab nur Park gelesen. Dann hab ich gedacht. Ich will nämlich jemanden reingelaufen nehmen. Nein. Will ich nicht. Ich hab keinen Bock zu skaten. Ich brauchst ein paar Kassen und Kühlschränke und so. Da kommt der Mitarbeiter der Woche. Ist schon mal zu warm. Nach Haus. Ja, der Köpfchen verloren. So warm jetzt. Was jetzt zum Leben? Ja. Ja, gerüst. Die Ecke. Da schießt der Brand ohne Runde. Wieder vorbei hier ran. Na ja, dann müssen wir nächstes Jahr dann halt. Äh, nächstes Jahr dann halt. Nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Aber das wird jetzt nichts mehr vor Nacht 14. Da kann ich noch nicht sagen. Weil. Wir müssen bauen jetzt. Restlichen zwei, drei Tage. Oh, ich kann mich nicht machen. Wir müssen hier mal weg machen. bravery ran. Und von siebze Holzgeule sind doch nicht. Total lächerlich. Blut. Bei weißem. Da steht im weißen, weißen Winterwald. dann würde ich jämmerlich erfrieren im weißen winterwald reden ist unsere hütte ist schon von hier gut beleuchtet hat in die prairie das ist ja so ein paar dran da kann man ja noch mal gehen ja gute idee bin dafür okay ich mache immer eine tasche dann ja was denn hier für ein sumpf die aufnahme zu beenden 57 minuten ja ok leute ich glaube da müsste man wohl ein zwei schnitte drin einbringen habt ihr natürlich verpasst aber die folge war 57 minuten lang im original hat konnten natürlich nicht so lassen deswegen müssen wir ein bisschen kürzen ja wir sind wieder zurück wenn jetzt die taschen ausladen und reparieren und so weiter und der djutschke wird eine spitzhacke bauen hoffentlich ok dann sage ich schon mal in diesem sinne bis zum nächsten mal habe die idee